so vorsichtig ich weiß nicht das gerufen heute ist aber auch ganz schön stark und jetzt rutscht wieder das maus pad vom tisch klasse ich nagel das irgendwann fest immer noch nicht dazu gekommen mir neues zu kaufen müsste unbedingt mal passieren ich wert mal ich habe ja hier die ja man klärt mir mal einen warte was habe ich denn hier noch schön ist alles ja eigentlich könnte ich auch bogen und schwert gebrauchen ein bogen wäre vielleicht auch gar nicht schlecht aber dann müsste ich jetzt extra rüber ja alles keine so dinge kevlar müsste ja müsste man mal schauen hat er wie sind wie ist die hose und wie ist man jetzige die ist noch dies noch so gut kevlar müsste bringt nichts aber haben da schon ich überlege jetzt tatsächlich weil der bogen der wird jetzt bald der macht wirklich bei den abflug ich überlege ob ich die noch mal reparieren weißt du was ich mache mir jetzt ein helm ich mache mir jetzt einfach einen helm da könnte ich mir zwei machen aber schön blöd so und dann gehen wir hierher und schauen mal was der helm uns bringt ohne den guten lapis wird da wohl nix bei rauskommen respiration 3 neue luft murmel alter das ding ist geil das ding hat zwingt immer sehen also respiration 3 sagen wo ist eigentlich wir haben kein ambos mehr er ist wahrscheinlich kaputt gegangen kann das sein ich muss noch ja ich muss noch einiges machen aber jetzt erst mal wie war das noch wir bauen einen ambos eisen ok sagt laut digger so dann ich mache das jetzt nicht nee 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 ich mache das jetzt nicht aber ich will mal schauen was passiert und erstens mal wie viel das kostet 16 guck das bringt überhaupt nicht ich dachte jetzt vielleicht würde überhaupt nicht bringen ich dachte vielleicht akku respiration aber ich glaube respiration 3 ist schon das maximum habe ich ihm gar keinen namen gegeben so ich brauche mal schluck tee sonst bricht mir gleich die stimme auseinander schön geschlürft zukunft song du musst das verzeihen weißt du entweder du verbrennst dir die schnauze oder du schlürfst nein vergangenheit song dieser tee ist nicht mehr heiß diese entschuldigung akzeptiere ich nicht na gut bist ein arsch gut stritt er mit sich selbst weißt du dann lege ich den hier rein wir werden das irgendwann gebrauchen können so dann dass die diamanten kommen hier auch wieder rein ach diese fliege bringt mich wahnsinnig kannst du nicht mal den fliegenfänger fliegen du stück dann mal den helm auf klüge ich das richtig nacht da ist ja schon bett so man ich muss glaube ich irgendwie ja dann mache ich das so dass ich heute mal eine kürzere das kriegst du doch sowieso nicht hin alter weil du kommst einfach zu keinem ende ja danke ich muss noch einmal rüber nach honky island weil ich habe da was vor dieses gerukel heute ist das bei euch auch so seit der 1.20 mir ist das neulich schon aufgefallen haben die wieder die performance kaputt gemacht ja das wird dann wahrscheinlich so irgendwie in zwei drei monaten gefixt sein alles gefixt digga nee ist ja immer so also mojang versaut die performance ja wirklich jedes mal ich will mal kurz schauen was ich hier so habe an ich würde den bogen gerne reparieren bevor er um die ohren fliegt aber auf der anderen seite nö weißt du das dauert ja noch aber dann ist es teuer wie sau ja laber nicht digga das wird schon stritt er mit sich selbst ja ich mag gerne mit mir selber streiten das macht spaß wenn ich mit mir selber streite habe ich wenigstens gegner weiste gab er an nö ist wirklich so also streitgespräche alter ist das ein geruckel hier was mache ich denn hier eigentlich vor allen dingen warum auch weißt du kommen das kann man reparieren auf unkonventionelle art und weise machen wir das mal mach das zwar ungern weil mir das immer irgendwie ein bisschen illegal vorkommen wieso magst du keine illegalen sachen und wie bist du dann drauf wenn ich schon mal hier lang laufe weißt du komm immer diese hiphop ghoul äh hiphop ghoul was die hiphop zombies hier das ist ja hier wieder anbauen na ja mit bauen passt zusammen ok hau weg die scheuse kommt ja passt auch dazu alter ist das ein gegrunze hier habe ich gerade noch im richtigen moment gemerkt auch das kann man passen sagt er zu sich selbst auf jeden fall nicht zweimal hintereinander digga ja wieder schönes kunst konzert hier wahrscheinlich wird in der aufnahme wieder gar nichts davon zu hören sein weil die musik die ich auswähle wahrscheinlich wieder völlig zu laut ist lange nicht mehr gehabt irgendwie ein kommentar so von wegen musik ist viel zu laut wahrscheinlich die leute die das schreiben würden lesen wahrscheinlich irgendwie die kommentare unter vorherigen videos und sehen dass ich darauf nicht den geringsten fieke gebe und sagen sich ergibt keinen sinn gehen was zu schreiben deswegen kommentiere ich hier auch noch nie du wirst ja danke so problem ist dann ja super nicht gut das machen wir dann lieber so dran zack 1 2 3 4 ich müsste eigentlich irgendwo eine laterne haben da ist sie auch ja wir müssen der pilz laternen heranschaffen weil der honk die frequenz geändert hat ist so hat er gemacht der irre und warum hat er hier voll klötze reingehauen der irre weiß ich nicht weil er darauf bock hatte vielleicht schon einer zu weit so wow nässergeräusche sind mal wieder echt sahne digger so ja ich hoffe die musik ist wenigstens unterhaltsam heute nein und ich habe derzeit keine dp nicht dass irgendjemand so was denkt aber wenigstens haben wir heute nicht die 100.000 mangroven bäume abzuschlag abzuschlachten ja es sind ja nicht 100.000 bäume gewesen sondern es war halt ganz einfach nur die dinger sind ja echt mega kleine referenz kevin wo bist du ich vermisse deine kommentare hast du auch viel zu tun oder was oder einfach kein bock kann ja auch mal sein also ich werde mal hier alter hier muss so viel repariert werden ja ich hau die auch mal aus hier das ist glück dass man sie hier ich verstehe es nicht was hier wie das hier gedacht ist nee das war jetzt mal nicht mein bauch hörte sich zwar an hört sich wirklich exakt an wie mein bauch normalerweise ich weiß nicht hatte ich heute überhaupt zum bauch möglich ich habe keine treppen mehr ja das ist ja mal toll guck mal wie viele wie viele slaps ich hier habe alter mal gar nicht gut ja das also ich könnte jetzt hier noch in der mitte weiter bauen noch also es kann ich auch ohne weiter eine lampe habe ich nicht mehr so aber hier können wir dann ja würde ich ihnen auch so sagen also da müsste man dann vielleicht mal kürzer das ganze machen zwei drei dann würde ja nämlich genau auf die mitte passen aber ich habe jetzt die schnauze halt mal hier kann man noch ein bisschen ja man kann immer noch ein bisschen da kann man doch wenn man will kann man das alles also der der golem soll ja hier aus also die lampe könnte man mal auch hier vorne schleppen herzhafter rülpser best du bist du bist du bist du bist du ja hier wollte ich den und dann noch da dran frag mich nicht ist so warte mal ich söndige nochmal wir haben zu viel davon das insofern rein damit und genauso auch hier haben wir zumindest die ecken fertig und noch acht hier 1 2 3 4 5 6 7 interessant ja oder das ist der spendung ja also 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 ja und was hiermit mal wird das weiß ich auch nicht so und jetzt aber mal mal wieder wachen an die start weil ich würde auch sagen ich packe gleich nicht nur das material weg erst mal einchecken haben wir noch nie gebraucht warte mal warte mal warte mal warte mal wenn wir sowieso schon hier sind kommen wir mal eine runde schlafen ich habe kein eisen mehr fangen aber weißt du was wir müssen ja nicht unbedingt nach honky island um eisen zu haben es gibt ja auch noch andere orte an denen eisen sein könnte und wenn wir schon in kevins dunkle abtei jetzt gerade nicht bauen und vielleicht auch irgendwie eine weile nicht haha das dunkel digger das ruckelt katzen gebt mir mal eins von euren betten hier hier vögel ruckelt das ja weil jetzt hier auch die chunks generiert werden die genau nebenan sind ich will doch nur ein bisschen eisen holen ob die tür offen die tür zu kein wunder wenn hier irgendwie hä warum hast du keinen job digger such den job ja die habe ich jetzt mal schon gelehrt keine ahnung mehr wo was ist oder ist eine eisenrüstung drin na das muss lange her sein wo ist denn hier äh ja da 64 eisen äh wir haben hier sogar noch diurid weißt du was äh nein ich werde es nicht verarbeiten ich werde es jetzt nicht verbauen aber ich nehme es mit einfach weil ich es kann ist hier vielleicht sogar noch mehr davon schöne sachen hier da ist auch noch eisen warum ist dann das eisen hier unten drinnen wenn da oben die schatztur ist das ist doch gar nicht nötig so ne das sortiere ich jetzt nicht hier müssen wir uns merken aber noch eine enderperle und hier ist noch glowstone dust da haben wir sogar noch mehr moment 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 sogar noch eine goldhose und ein goldhelm der ist vollständig ne ich will nur noch sehen ob wir noch mehr goldstone dust haben nö äh gut das ging so oder das wird alter ja genau so ging das rezept und den rest können wir da oben reinpacken ich will das drüben zum respawn enkel schaffen wir brauchen eigentlich noch einen davon mindestens warte mal wie baut man den eigentlich mhm crying obsidian glaubt wir brauchen doch die gold den goldhelm hier aus einem einfachen grunde ja es gibt ein tierisches hin und her jetzt gleich äh ok also crying obsidian haben wir hier wahrscheinlich nicht am start äh gehts noch entschuldigung für das hin und her und rein und raus und vor und zurück äh ne das ist einfach nur holz ich will nur sicher gehen dass ich wirklich kein crying obsidian mehr hier habe ähm eigentlich bräuchte ich noch alles an gold was wir haben also wir haben noch eine menge an anderen stellen aber katze halt doch mal das maul entschuldigung aber wie soll man sich denn bei diesem gemau konzentrieren so ähm wunderschön 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 vielleicht aber nö wunderschön wahrscheinlich gar nicht ich will ein bisschen traden gehen wie man heutzutage so sagt ähm wunderschön wunderschön aber ich das mache leute es äh passiert entschuldigung für diejenigen äh die äh das nicht wissen wollen ich sage tschau mit weh wie wissen und wir sehen uns das nächste mal also morgen wahrscheinlich äh wenn wir im klein wenig in den meter zum traden gehen vorher müssen wir erstmal irgendwo das material los werden denn sonst kriegen wir das nicht unter Also ich sage, ciao mit TVTraden.